Lektion 1. Wohnungsgröße Hallo Anna, ich habe nach einer Wohnung gesucht und denke über verschiedene Größen nach. Was sind deine Gedanken dazu? Hallöchen Auf jeden Fall ist die Größe der Wohnung ein wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Das hängt von ihrem Lebensstil und ihren Bedürfnissen ab. Das macht Sinn. Ich möchte einen bequemen Raum, aber ich möchte nicht, dass er zu groß oder zu klein ist. Was schlägst du vor? Nun, es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Eine größere Wohnung bietet mehr Platz für Möbel und Aktivitäten, erfordert jedoch möglicherweise mehr Wartung und Kosten. Ich verstehe. Also, eine kleinere Wohnung könnte in Bezug auf Unterhalt und Kosten überschaubarer sein. Hat das irgendwelche Vorteile? Absolut. Eine kleinere Wohnung kann gemütlich und pflegeleichter sein. Es erfordert oft weniger Reinigung und kann Stromrechnungen sparen. Das ist ein gutes Argument. Außerdem kann ein kleinerer Raum einen minimalistischen Lebensstil fördern, was beim Aufräumen und Organisieren von Vorteil sein kann. Definitiv. Auf der anderen Seite bietet eine größere Wohnung mehr Flexibilität bei der Anordnung der Möbel und der Unterbringung von Gästen. Das ist wahr. Wenn Sie ausreichend Platz haben, können Sie Versammlungen veranstalten oder Mitbewohner haben, komfortabler. Es ermöglicht mehr Freiheit bei Design und Layout. Exakt. Es hängt alles von Ihren Vorlieben ab und davon, was Sie an einem Wohnraum am meisten schätzen. Berücksichtigen Sie Ihren Lebensstil und Ihre Zukunftspläne. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist wichtig, eine Wohnungsgröße zu wählen, die meinen aktuellen Bedürfnissen und zukünftigen Zielen entspricht. Absolut. Berücksichtigen Sie Faktoren wie die Anzahl der Schlafzimmer, den Stauraum und ob Sie von zu Hause aus arbeiten oder einen eigenen Arbeitsbereich benötigen. Das sind großartige Überlegungen. Ich möchte sicherstellen, dass meine Wohnung sowohl meinen unmittelbaren als auch meinen langfristigen Anforderungen entspricht. Kluges Denken. Denken Sie daran, dass die Größe der Wohnung nur ein Aspekt ist. Lage, Ausstattung und Budget sind ebenso wichtig. Du hast recht. Es ist wichtig, das Gesamtbild zu betrachten und ein Gleichgewicht zwischen Größe, Lage und Erschwinglichkeit zu finden. Absolut. Auf diese Weise werden Sie in der Lage sein, eine Wohnung zu finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihr gesamtes Wohnerlebnis verbessert. Ich schätze Ihre Erkenntnisse und Ratschläge. Es hat mir eine klarere Perspektive gegeben, wie ich meine Wohnungssuche angehen soll. Lektion 2 Trainingsroutine Hallo Anna, ich habe versucht, Bewegung in meinen Tagesablauf zu integrieren. Irgendwelche Vorschläge, welche Übungen zu machen sind? Hallöchen! Das klingt machbar. Es ist toll, dass du Fitness priorisieren willst. Welche Übungen machst du normalerweise? Nun, ich bin gelegentlich Joggen gegangen, aber ich würde gerne andere Optionen ausprobieren, um die Dinge interessant zu halten. Irgendwelche Ideen? Absolut. Cardioübungen wie Laufen sind fantastisch für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Haben Sie darüber nachgedacht, Radfahren oder Schwimmen auszuprobieren? Das sind großartige Vorschläge. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren. Was ist mit Krafttraining? Wie kann ich das in meine Routine integrieren? Krafttraining ist wichtig für den Muskelaufbau und die Steigerung der Gesamtkraft. Sie können mit Körpergewichtsübungen wie Liegestützen, Kniebeugen und Planken beginnen. Das klingt überschaubar. Mir gefällt die Idee, mein eigenes Körpergewicht für das Krafttraining zu verwenden. Gibt es noch andere Übungen, die ich in Betracht ziehen sollte? Ganz gewiss. Das Hinzufügen von Krafttraining mit Hanteln oder Widerstandsbändern kann dazu beitragen, bestimmte Muskelgruppen anzusprechen und ihre Routine abwechslungsreicher zu gestalten. Das werde ich mir ansehen. Es ist wichtig, an verschiedenen Muskelgruppen zu arbeiten, um ein ausgewogenes und abgerundetes Fitnessprogramm zu erreichen. Absolut. Vergessen Sie nicht Flexibilitätsübungen wie Stretching oder Yoga. Sie verbessern die Bewegungsfreiheit und beugen Verletzungen vor. Das ist ein gutes Argument. Ich habe gehört, dass Yoga viele Vorteile hat, die über die Flexibilität hinausgehen. Es kann auch bei der Entspannung und beim Stressabbau helfen. Ja, Yoga ist hervorragend für Körper und Geist. Es ist ein ganzheitlicher Wellnessansatz. Erwägen Sie, verschiedene Yogastile auszuprobieren, um herauszufinden, was am besten zu Ihnen passt. Ich werde Yoga auf jeden Fall weiter erforschen. Es scheint eine großartige Ergänzung zu meiner Trainingsroutine zu sein. Irgendwelche Tipps, um motiviert zu bleiben? Motiviert zu bleiben kann eine Herausforderung sein, aber sich bestimmte Ziele zu setzen, einen Trainingspartner zu finden oder an Gruppenkursen teilzunehmen, kann dir helfen, Verantwortung zu übernehmen und motiviert zu bleiben. Das sind fantastische Vorschläge. Ein Unterstützungssystem und klare Ziele können den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, sich an eine Trainingsroutine zu halten. Absolut. Denken Sie daran, auf Ihren Körper zu hören, schrittweise zu beginnen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Konsistenz ist der Schlüssel. Ich schätze Ihre Anleitung und Ermutigung. Ich freue mich darauf, meine Trainingsroutine zu diversifizieren und Fitness zu einem festen Bestandteil meines Lebens zu machen. Lektion 3 Pariser Nachtabenteuer Hallo Anna, hast du schon einmal eine Nacht in Paris erlebt? Die Aussicht war atemberaubend. Hallöchen! Nein, ich war noch nicht in Paris, aber ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich sein muss. Reisen ermöglicht es uns, neue Orte zu erkunden und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Definitiv! Die Schönheit und der Charme von Paris bei Nacht sind einzigartig. Die Lichter der Stadt und die ikonischen Wahrzeichen schaffen eine magische Atmosphäre. Das kann ich mir nur vorstellen. Paris ist bekannt für sein romantisches Ambiente, also kann ich mir vorstellen, wie bezaubernd es unter dem Nachthimmel sein muss. Absolut! Ein Spaziergang entlang der Seine und die Beleuchtung des Eiffelturms muss ein unvergessliches Erlebnis sein. Das klingt absolut traumhaft. Ich habe Bilder vom Eiffelturm gesehen, der nachts beleuchtet ist, und es ist wirklich ein unvergesslicher Anblick. In Person ist es noch atemberaubender. Die funkelnden Lichter und der Panoramablick von oben sind einfach atemberaubend. Ich kann nur davon träumen, es eines Tages selbst zu erleben. Hatten Sie während Ihrer Nacht in Paris die Gelegenheit, andere Attraktionen zu erkunden? Ja, ich habe auch den Louvre besucht. Die beleuchtete Glaspyramide vor dem Nachthimmel war ein unvergesslicher Anblick. Das klingt unglaublich. Der Louvre ist berühmt für seine Kunstsammlung, und es muss etwas Besonderes gewesen sein, sie bei Nacht erleben zu können. Es war in der Tat ein einmaliges Erlebnis. Die ruhige und stille Atmosphäre verstärkte das Gefühl der Ehrfurcht und Wertschätzung für die Kunst. Das kann ich mir vorstellen. Manchmal ermöglicht uns die Nacht, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen und sie auf eine neue Art zu schätzen. Absolut. Die Erkundung einer Stadt bei Nacht bietet eine andere Perspektive und enthüllt eine Seite, die tagsüber oft übersehen wird. Das ist so wahr. Es ist, als würde man eine verborgene Welt entdecken, die darauf wartet, im Schutz der Dunkelheit erkundet zu werden. Genau. Die Nacht bringt einen gewissen Charme und ein gewisses Geheimnis zum Vorschein, was den allgemeinen Reiz eines Ortes wie Paris noch verstärkt. Es klingt nach einem Muss, besonders für diejenigen, die Schönheit, Kultur und einen Hauch von Romantik schätzen. Paris fesselt wirklich die Sinne, und ich kann nur empfehlen, seine Magie sowohl am Tag als auch in der Nacht zu erleben. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Es hat mich noch eifriger gemacht, eine Reise nach Paris zu planen und seine nächtliche Pracht zu erleben. Du bist willkommen. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Paris ist eine Stadt, die bei jedem Besucher einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Lektion 4. Kluges Einkaufen Hallo Anna. Ich habe in letzter Zeit nach guten Angeboten gesucht. Hast du welche gefunden? Hallöchen! Ich stimme zu. Gute Angebote zu finden kann aufregend sein. Ja, ich bin in letzter Zeit auf ein paar tolle Schnäppchen gestoßen. Was ist mit dir? Das ist genial. Ich habe online etwas vergünstigte Elektronik gefunden. Es ist immer ein Nervenkitzel, Qualitätsartikel zu niedrigeren Preisen zu finden. Unbedingt! Online-Shopping hat es einfacher gemacht, Preise zu vergleichen und Rabatte zu finden. Haben Sie bestimmte Websites oder Apps verwendet? Ja, ich habe eine Preisvergleichs-Website verwendet, die mir verschiedene Online-Shops zeigte, die dasselbe Produkt verkaufen. Es hat mir geholfen, das beste Angebot zu finden. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, Preise zu vergleichen und Bewertungen zu lesen, um sicherzustellen, dass sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Definitiv! Ich habe mich auch für Newsletter und Benachrichtigungen meiner Lieblingsgeschäfte angemeldet, um über deren Verkäufe und Werbeaktionen auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist ein toller Tipp! Wenn Sie Newsletter abonnieren, erhalten Sie frühzeitig Zugang zu Sonderangeboten und exklusiven Rabatten. Haben Sie irgendwelche Offline-Angebote untersucht? Ja, ich habe Ausschau nach Ausverkäufen und Saison allen Rabatten in lokalen Geschäften gehalten. Manchmal haben Sie versteckte Juwelen zu niedrigeren Preisen. Das ist wahr! Es lohnt sich auch, in physischen Geschäften nach Angeboten zu suchen. Haben Sie bei Ihrer Suche etwas Interessantes gefunden? Ich habe in einer örtlichen Boutique ein wirklich gutes Angebot für einen Wintermantel gefunden. Es war das letzte Stück in meiner Größe und der Preis war zu gut, um darauf zu verzichten. Das ist fantastisch! Es ist immer befriedigend, den perfekten Artikel zu einem reduzierten Preis zu finden. Haben Sie auch Gutscheine oder Aktionscodes verwendet? Absolut! Ich habe online nach Gutscheinen gesucht und sie beim Bezahlen eingelöst, um zusätzliche Rabatte zu erhalten. Es ist eine großartige Möglichkeit, noch mehr zu sparen. Das ist eine kluge Strategie. Gutscheine können einen erheblichen Unterschied im Endpreis ausmachen. Haben Sie darüber nachgedacht, gebrauchte oder gebrauchte Artikel zu kaufen? Ja, ich habe angefangen, Gebrauchtwarenläden und Online-Plattformen nach gebrauchten Artikeln zu suchen. Es ist eine nachhaltige und budgetfreundliche Art einzukaufen. Das ist wunderbar! Der Kauf aus zweiter Hand spart nicht nur Geld, sondern reduziert auch Abfall und unterstützt eine Kreislaufwirtschaft. Haben Sie noch weitere Tipps, um gute Angebote zu finden? Ein weiterer Tipp ist, Flash-Verkäufe oder zeitlich begrenzte Angebote im Auge zu behalten. Sie haben oft für kurze Zeit erhebliche Rabatte. Das ist ein toller Vorschlag! Blitzverkäufe können sehr aufregend sein und bieten hervorragende Möglichkeiten, Angebote zu ergattern. Danke, dass du deine Tipps geteilt hast! Du bist willkommen! Ich freue mich, dass ich einige Erkenntnisse teilen konnte. Viel Spaß beim Einkaufen und ich hoffe, Sie finden auch tolle Angebote. Danke! Ich weiß das zu schätzen. Lassen Sie uns gegenseitig über alle aufregenden Angebote auf dem Laufenden halten, auf die wir stoßen. Viel Spaß beim Jagen! Definitiv! Bleiben wir in Verbindung und teilen unsere Einkaufserfolge. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche nach fantastischen Angeboten! Lektion 5 Musikalisch Aktivitäten Hallo Anna! Ich habe in letzter Zeit verschiedene Hobbys erforscht. Hast du noch etwas versucht? Hallöchen! Das ist toll zu hören! Ja, ich habe angefangen Gitarre spielen zu lernen. Bisher war es eine ziemlich interessante Reise. Das ist genial! Ein Musikinstrument zu lernen kann so erfüllend sein. Wie hast du mit der Gitarre angefangen? Ich habe mir von einem Freund eine Gitarre geliehen und angefangen, Online-Unterricht zu nehmen. Es war eine Herausforderung, aber ich genieße den Prozess. Das ist ein fantastischer Anfang! Online-Unterricht bietet Flexibilität und Komfort. Hast du schon bestimmte Songs gelernt? Ja, ich habe ein paar grundlegende Akkorde gelernt und angefangen, einige beliebte Songs zu üben. Es ist aufregend, Fortschritte zu sehen und wiedererkenbare Melodien zu spielen. Das ist beeindruckend! Mit grundlegenden Akkorden zu beginnen, ist eine solide Grundlage. Haben Sie nützliche Ressourcen oder Tutorials gefunden, die Ihnen beim Lernen helfen? Absolut! Ich habe Lehrvideos und Akkorddiagramme verwendet, um neue Techniken und Lieder zu lernen. Es war in meinen Übungsstunden hilfreich. Das ist klug! Visuelle Hilfsmittel wie Akkorddiagramme können das Verstehen und Auswendiglernen der Fingerpositionen erleichtern. Bist du Gitarren-Communities oder Gruppen beigetreten? Ja, ich bin einem Online-Gitarren-Forum beigetreten, in dem ich mit anderen Lernenden in Kontakt treten und mich von erfahrenen Spielern beraten lassen kann. Es ist eine unterstützende Community. Das ist großartig! Teil einer Community zu sein, kann Motivation geben, Tipps austauschen und sogar mit anderen Gitarrenliebhabern zusammenarbeiten. Gab es Herausforderungen, mit denen du bisher konfrontiert warst? Eine der Herausforderungen besteht darin, Fingerkraft und Fingerfertigkeit aufzubauen. Manche Akkorde erfordern eine präzise Positionierung, aber konsistentes Üben hilft, sich mit der Zeit zu verbessern. Absolut! Der Aufbau von Fingerkraft und Muskelgedächtnis ist ein schrittweiser Prozess. Hast du bestimmte Ziele oder Songs, die du spielen möchtest? Ich würde gerne Fingerpicking beherrschen und irgendwann ein paar beliebte akustische Songs spielen. Wondervoll von Oasis steht auf meiner Liste. Was ist mit dir? Das ist ein fantastisches Tor. Was mich betrifft, so strebe ich danach, einige Blues-Gitarren-Techniken zu lernen und irgendwann mit anderen Musikern zu jammen. Es ist ein Genre, das ich liebe. Das klingt unglaublich. Die Blues-Gitarre hat einen einzigartigen Klang und ein einzigartiges Gefühl. Ich bin mir sicher, dass sie ihr Ziel mit Hingabe und Übung erreichen werden. Danke für die Ermutigung. Es ist immer motivierend, Unterstützung auf dieser musikalischen Reise zu haben. Wie denkst du über deine bisherigen Fortschritte? Ich bin stolz auf die Fortschritte, die ich gemacht habe, wenn man bedenkt, dass ich bei Null angefangen habe. Es ist ein kontinuierlicher Lernprozess, und ich bin gespannt, wohin er mich führt. Das ist eine großartige Denkweise. Es ist entscheidend, den Lernprozess zu genießen und sich auf die Reise einzulassen. Mach weiter so mit der fantastischen Arbeit. Danke. Ich schätze deine freundlichen Worte. Lassen Sie uns weiterhin unseren musikalischen Leidenschaften nachgehen und uns dabei gegenseitig inspirieren. Unbedingt. Bleiben wir in Verbindung und teilen wir unsere musikalischen Meilensteine. Ich wünsche dir alles Gute auf deiner Gitarrenreise. Lektion 6 Lebendige Kunst Hallo Anna, ich habe mit verschiedenen Farben und Schattierungen in meinen Kunstwerken experimentiert. Das klingt nach einem guten Ansatz. Welche Tools verwenden Sie? Hallöchen Das Erkunden von Farben und Schattierungen kann Ihrer Kunst Tiefe und Dimension verleihen. Ich verwende hauptsächlich Acrylfarben und verschiedene Pinsel. Wie steht's mit dir? Das ist interessant. Acrylfarben bieten Vielseitigkeit. Ich verwende Wasserfarben und Buntstifte für meine Kreationen. Sie ermöglichen das Mischen und Überlagern. Wasserfarben und Buntstifte sind ebenfalls fantastische Medien. Sie haben eine andere Textur und Wirkung als Acrylfarben. Haben Sie bestimmte Techniken ausprobiert? Ja, ich habe Waschungen und Nass-in-Nass-Techniken mit Wasserfarben geübt. Es entstehen wunderschöne Farbverläufe und weiche Übergänge. Das klingt reizend. Wasserfarben können Ihrem Kunstwerk eine verträumte und ätherische Qualität verleihen. Hast du mit verschiedenen Farbpaletten gearbeitet? Absolut. Ich habe mit warmen und kühlen Farbschemata experimentiert, um in meinen Bildern unterschiedliche Stimmungen und Atmosphären hervorzurufen. Das ist ein großartiger Ansatz. Warme Farben können ein Gefühl von Energie und Lebendigkeit erzeugen, während kühle Farben ein ruhiges und beruhigendes Gefühl vermitteln. Integrieren Sie noch andere Elemente in Ihre Kunst? Ja, ich habe die Verwendung von Texturen und Mustern untersucht, um visuelles Interesse zu wecken. Es verleiht dem Kunstwerk eine taktile Qualität. Textur und Muster können Ihre Kunst dynamischer und faszinierender machen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Sinne des Betrachters anzusprechen. Haben Sie Kunstworkshops oder Kurse besucht? Ja, ich habe an einigen Workshops teilgenommen, um neue Techniken zu erlernen und mich von anderen Künstlern inspirieren zu lassen. Es war eine wertvolle Erfahrung. Das ist fantastisch. Durch die Teilnahme an Workshops können Sie von Experten lernen und sich mit anderen Künstlern austauschen. Hast du deine Kunstwerke irgendwo ausgestellt? Noch nicht, aber ich erwäge, an lokalen Kunstausstellungen teilzunehmen oder meine Werke in Cafés und Galerien auszustellen. Es ist eine großartige Möglichkeit, meine Arbeit zu präsentieren. Das ist eine wunderbare Idee. Wenn Sie Ihre Kunst ausstellen, können Sie ein breiteres Publikum erreichen und Feedback vom Kunstbegeisterten erhalten. Hast du Lieblingskünstler, die dich inspirieren? Ja, ich bin inspiriert von den Werken von Vincent van Gogh und Giorgio Okeffe. Ihre Verwendung von Farbe und Textur ist wirklich bemerkenswert. Wie steht's mit dir? Ich finde Inspiration in den Werken von Claude Monet und Frida Kahlo. Beide haben einen einzigartigen Stil und eine starke Verbindung zur Natur. Das ist unglaublich. Wenn Sie sich von renommierten Künstlern inspirieren lassen, können Sie Ihre Kreativität beflügeln und Ihre künstlerischen Grenzen erweitern. Mach weiter mit der großartigen Arbeit. Danke. Ich schätze deine freundlichen Worte. Lassen Sie uns weiterhin die Welt der Kunst erkunden und unsere künstlerischen Reisen gemeinsam teilen. Unbedingt. Unterstützen wir uns gegenseitig in unseren künstlerischen Bestrebungen und streben wir weiter nach Wachstum und Selbstdarstellung. Ich wünsche Ihnen künstlerischen Erfolg. Lektion 7 Sinnvolle Verbindungen Hallo Anna, es ist wichtig, sinnvolle Verbindungen zu Freunden aufzubauen. Es ist wichtig, Interaktionen im wirklichen Leben zu priorisieren. Hallöchen Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Im digitalen Zeitalter ist es wertvoll, echte Freundschaften und persönliche Gespräche zu pflegen. Wie pflegen Sie Ihre Freundschaften? Ich bemühe mich, mich regelmäßig mit meinen Freunden zu treffen, um Aktivitäten wie Wandern, einen Kaffee zu trinken oder einfach nur zu plaudern. Das ist wunderbar. Eine gute Zeit miteinander zu verbringen, stärkt die Bindungen und schafft bleibende Erinnerungen. Haben Sie Tipps zum Initiieren von Gesprächen? Eine effektive Methode besteht darin, offene Fragen zu stellen, die echtes Interesse am Leben der anderen Person zeigen, wie zum Beispiel Was haben Sie in letzter Zeit gemacht? Das ist ein toller Tipp. Offene Fragen fördern tiefere Gespräche und ermöglichen es dem Menschen, ihre Erfahrungen freier auszutauschen. Wie gehst du mit Konflikten innerhalb von Freundschaften um? Wenn es zu Konflikten kommt, glaube ich an eine offene und ehrliche Kommunikation. Es ist wichtig, das Thema in Ruhe anzugehen und sich die Sichtweisen des anderen anzuhören. Absolut. Gesunde Kommunikation ist der Schlüssel zur Lösung von Konflikten und zur Pflege starker Freundschaften. Hast du irgendwelche Vorschläge, um neue Freunde zu finden? Eine Möglichkeit besteht darin, an Aktivitäten teilzunehmen oder Gemeinschaften beizutreten, in denen Sie Gleichgesinnte treffen können, die ähnliche Interessen teilen. Das ist ein fantastischer Vorschlag. Gemeinsame Interessen bieten eine solide Grundlage für den Aufbau neuer Freundschaften. Wie piekt man Fernfreundschaften? Ich versuche, über Videoanrufe, Messaging-Apps und sogar das Senden handgeschriebener Briefe in Verbindung zu bleiben. Es geht darum, sich zu bemühen, die Bindung am Leben zu erhalten. Das ist entzüttend. Fernfreundschaften erfordern absichtliche Anstrengungen und das Finden kreativer Wege, um die Distanz zu überbrücken. Hattest du jemals einen Streit mit einem Freund? Ja, habe ich. Es war eine Herausforderung. Aber schließlich hatten wir ein herzliches Gespräch und überarbeiteten unsere Differenzen. Unsere Freundschaft wurde dadurch stärker. Das ist inspirierend. Manchmal können Konflikte zu Wachstum und einem tieferen gegenseitigen Verständnis führen. Hast du jemals über soziale Medien Freunde gefunden? Absolut. Soziale Medien können eine Plattform sein, um mit Menschen in Kontakt zu treten, die gemeinsame Interessen teilen oder ähnliche Hobbys haben. Es ist eine großartige Möglichkeit, ihren sozialen Kreis zu erweitern. Ich stimme zu. Soziale Medien haben ihre Vorteile, wenn es darum geht, Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt miteinander zu verbinden. Hattest du jemals einen Freund, der wie eine Familie wurde? Ja, ich hatte das Glück, einen solchen Freund zu haben. Wir haben uns gegenseitig durch dick und dünn unterstützt und unsere Bindung fühlt sich an wie die von Geschwistern. Das ist wunderschön. Freundschaften, die über Freundschaft hinausgehen, sind wirklich besonders und selten. Sie werden zu einem festen Bestandteil unseres Lebens. Wie zeigst du Wertschätzung für deine Freunde? Ich drücke meine Dankbarkeit durch kleine Gästen wie herzliche Botschaften, Überraschungsgeschenke oder einfach durch gemeinsame Stunden aus. Das ist herzerwärmend. Wertschätzung zu zeigen erinnert unsere Freunde daran, dass sie geschätzt und geschätzt werden. Es sind die kleinen Dinge, die wichtig sind. Absolut! Freundschaften sind ein Schatz und es ist wichtig, sie zu pflegen und zu schätzen. Lasst uns weiterhin die Macht bedeutungsvoller Verbindungen in unserem Leben feiern. Lektion 8 Begeisterung wecken Hallo Anna, mir ist aufgefallen, dass es manchen Menschen an Begeisterung und Engagement mangelt. Ich verstehe. Haben Sie Vorschläge, wie Sie andere inspirieren können? Hallöchen Andere zu inspirieren kann eine Herausforderung sein, aber eine Möglichkeit besteht darin, mit gutem Beispiel voranzugehen. Zeigen Sie Leidenschaft und Hingabe für Ihre eigenen Ziele. Das ist ein gutes Argument. Wenn andere deine Begeisterung sehen, kann das ihre eigene Motivation entfachen. Wie können wir sonst Begeisterung fördern? Eine andere Möglichkeit besteht darin, positive Verstärkung und echtes Lob zu bieten. Die Anerkennung der Bemühungen einer Person kann ihr Selbstvertrauen und ihren Enthusiasmus stärken. Absolut! Ein wenig Ermutigung kann viel dazu beitragen, andere zu motivieren. Wie wäre es, wenn jemand desinteressiert zu sein scheint? In solchen Fällen hilft es, ihre Perspektive zu verstehen und aufmerksam zuzuhören. Das Initiieren eines Gesprächs, um ihre Interessen aufzudecken, kann Begeisterung auslösen. Das ist ein guter Ansatz. Gemeinsamkeiten zu finden und echtes Interesse an ihren Leidenschaften zu zeigen, kann ihre Begeisterung wieder entfachen. Was können wir noch tun? Die Schaffung eines unterstützenden und inklusiven Umfelds ist von entscheidender Bedeutung. Die Förderung der Zusammenarbeit und das Feiern der jeweils anderen Erfolge fördern die Begeisterung. Ich stimme zu. Wenn sich Menschen geschätzt und unterstützt fühlen, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich aktiv engagieren und ihren Beitrag leisten. Führungskräfte sollten eine klare Vision und ein klares Ziel kommunizieren und die Bedeutung und Wirkung der Rolle jedes Teammitglieds hervorheben. Es weckt Zielstrebigkeit und Begeisterung. Das ist eine wertvolle Erkenntnis. Wenn Menschen das Gesamtbild verstehen, sind sie motiviert, ihr Bestes zu geben. Wie wäre es mit dem Umgang mit Rückschlägen? Rückschläge sind unvermeidlich, aber es ist wichtig, einen positiven Ausblick beizubehalten. Fördern Sie Resilienz und heben Sie die Lernmöglichkeiten hervor, die mit Herausforderungen einhergehen. Das ist wahr. Rückschläge als Sprungbrett für Wachstum zu betrachten, kann dazu beitragen, die Begeisterung auch in schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten. Haben Sie persönliche Erfahrungen, die Sie teilen möchten? Ja, ich erinnere mich, als mir die Begeisterung für ein Projekt fehlte. Die Anleitung eines Mentors und der Glaube an mich haben meine Leidenschaft neu entfacht und zu einem erfolgreichen Ergebnis geführt. Das ist inspirierend. Das ist inspirierend. Manchmal braucht es nur jemanden, der an uns glaubt, um unsere Begeisterung wiederzubeleben. Hast du jemals jemanden dazu inspiriert, seiner Leidenschaft nachzugehen? Ja, ich hatte das Privileg, einen Freund zu ermutigen, seinen Traum von der Gründung eines Unternehmens zu verwirklichen. Es ist unglaublich lohnend, Ihren Enthusiasmus und Erfolg zu sehen. Das ist wunderbar. Andere zu befähigen, ihren Leidenschaften zu folgen, kann einen Dominoeffekt haben und eine enthusiastischere und lebendigere Gemeinschaft schaffen. Wie können wir die Begeisterung langfristig aufrechterhalten? Kontinuierliches Lernen und persönliches Wachstum spielen eine wichtige Rolle. Die Förderung von Neugier und Erkundung hält die Begeisterung am Leben und entwickelt sich weiter. Absolut! Das Annehmen neuer Herausforderungen und die Suche nach Wachstumschancen sorgen für eine ständige Quelle der Begeisterung. Lassen Sie uns andere durch unseren eigenen Enthusiasmus inspirieren und fördern. Lektion 9 Führungen Hallo Anna, ich überlege, ein paar Touren zu machen. Das scheint vernünftig. Sind die Touren geführt? Hallöschen Ja, alle unsere Touren werden von erfahrenen Guides geleitet, die wertvolle Einblicke und Informationen geben. Das ist toll zu hören. Ein sachkundiger Reiseleiter kann das Tourerlebnis verbessern. Bieten Sie verschiedene Arten von Touren an? Absolut! Wir bieten eine Vielzahl von Touren an, die auf unterschiedliche Interessen zugeschnitten sind, zum Beispiel historische, kulturelle und abenteuerliche Touren. Das ist fantastisch! Es gibt den Leuten die Möglichkeit, eine Tour zu wählen, die ihren Vorlieben entspricht. Sind die Touren für jedes Alter geeignet? Ja, unsere Touren sind so konzipiert, dass sie inklusiv sind und für Menschen jeden Alters geeignet sind. Wir sorgen dafür, dass jeder Spaß haben und teilnehmen kann. Das ist wunderbar! Es ist wichtig, ein inklusives Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder willkommen fühlt. Wie lange dauern die Touren normalerweise? Ja, Die Dauer unserer Touren variiert je nach Tour, aber im Durchschnitt dauern sie zwischen zwei und vier Stunden. Das ist ein vernünftiger Zeitrahmen. Es ermöglicht ein umfassendes Erlebnis, ohne zu überwältigend zu sein. Gibt es während der Touren Erfrischungen? Ja, wir bieten während unserer Touren kostenlose Erfrischungen an, wie Wasser, Snacks oder sogar eine leichte Mahlzeit, je nach Tourtyp. Das ist eine nette Geste. So bleiben die Teilnehmer während der gesamten Tour erfrischt und voller Energie. Bieten sie auch Transporte an? Ja, der Transport ist in unseren Reisepaketen enthalten. Wir sorgen für eine bequeme und komfortabler Reise für alle Teilnehmer. Das ist praktisch. Dadurch entfällt der Aufwand, den Transport separat zu organisieren. Gibt es Gruppenrabatte? Gruppenrabatte für größere Gruppen oder Familien an. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Touren für alle erschwinglicher und angenehmer zu gestalten. Es ist fantastisch, das zu wissen. Gruppenrabatte ermutigen die Menschen, die Touren gemeinsam zu erkunden und zu erleben. Gibt es spezielle Dresscodes für die Touren? Für einige Touren gelten möglicherweise spezielle Kleidervorschriften, insbesondere für religiöse oder kulturelle Städten. Wir stellen Richtlinien zur Verfügung, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer angemessen gekleidet sind. Das ist verständlich. Beim Besuch bestimmter Orte ist es wichtig, kulturelle Normen und Traditionen zu respektieren. Haben Sie empfohlene Touren für Erstbesucher? Absolut. Wir bieten spezielle Touren für Erstbesucher an, die die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen der Stadt abdecken. Das ist ausgezeichnet. Es hilft Neuankömmlingen, sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen und das Beste aus ihrem Besuch herauszuholen. Bieten Sie maßgeschneiderte Touren an? Ja, wir können maßgeschneiderte Touren erstellen, die auf bestimmten Vorlieben oder Interessen basieren. Es ermöglicht Einzelpersonen oder Gruppen, ein einzigartiges und personalisiertes Erlebnis zu haben. Das ist fantastisch. Maßgeschneiderte Touren bieten eine persönlichere Note und gehen auf individuelle Interessen ein. Wie können die Leute die Touren buchen? Die Buchung kann online über unsere Website oder durch Kontaktaufnahme mit unserem Kundenservice erfolgen. Wir haben einen einfachen und benutzerfreundlichen Buchungsprozess. Das ist praktisch. Das Anbieten von Online-Buchungen macht es für Menschen einfacher und zugänglicher, sich ihre Plätze zu sichern. Ich freue mich darauf, bald an einer ihrer Touren teilzunehmen. Lektion 10 Multimedia-Displays Hallo Anna, ich habe nach Multimedia-Displays geforscht. Ich denke, beide Modelle haben einen großen Bildschirm. Welche anderen Funktionen sollte ich in Betracht ziehen? Hallöchen Neben der Bildschirmgröße ist es wichtig, auf Auflösung und Farbgenauigkeit zu achten. Diese Faktoren tragen zu einem besseren visuellen Erlebnis bei. Das macht Sinn. Ein hochauflösendes Display mit genauen Farben würde die Anzeigequalität verbessern. Was ist mit den Verbindungsoptionen? Konnektivität ist entscheidend. Stellen Sie sicher, dass das Display über mehrere Anschlüsse wie HDMI, USB und VGA verfügt, damit Sie verschiedene Geräte anschließen können. Guter Punkt. Die vielseitigen Konnektivitätsoptionen ermöglichen eine nahtlose Integration mit verschiedenen Geräten. Wie wäre es mit Audio-Funktionen? Audio ist wichtig für ein vollständiges Multimedia-Erlebnis. Suchen Sie nach Displays mit integrierten Lautsprechern oder Audio-Ausgabe-Optionen für externe Lautsprecher. Das ist wahr. Eine gute Audio-Qualität verleiht Multimedia-Inhalten Tiefe. Was ist mit der Bildwiederholfrequenz des Displays? Eine höhere Bildwiederholfrequenz sorgt für gleichmäßigere Bewegungen und reduziert Bewegungsunschärfe, insbesondere bei schnellen Multimedia-Inhalten wie Videos oder Spielen. Das ist wichtig, besonders für aktionreiche Inhalte. Eine höhere Bildwiederholfrequenz sorgt für ein intensiveres Erlebnis. Was ist mit der Touch-Funktion? Die Touch-Funktionalität kann insbesondere für interaktive Präsentationen oder kollaboratives Arbeiten von Vorteil sein. Es verleiht dem Display eine weitere Ebene der Vielseitigkeit. Das ist ein gutes Argument. Die Touch-Funktionalität eröffnet neue Möglichkeiten für die Interaktion mit Multimedia-Inhalten. Gibt es zusätzliche Funktionen, die in Betracht gezogen werden sollten? Einige Displays bieten Funktionen wie verstellbare Ständer, Blaulichtfilter oder HDR-Unterstützung. Beurteilen Sie Ihre spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Diese zusätzlichen Funktionen können den Komfort und die Sehleistung verbessern. Es ist wichtig, das richtige Gleichgewicht für individuelle Anforderungen zu finden. Wie wäre es mit Display-Garantien? Display-Garantien sind unerlässlich. Halten Sie Ausschau nach Displays mit einer Garantie, um Ihre Investition zu schützen und Ihnen ein beruhigendes Gefühl zu geben. Das ist ein kluger Schachzug. Eine Garantie stellt sicher, dass Sie im Falle von Defekten oder Problemen abgesichert sind. Stehen Energiesparoptionen zur Verfügung? Ja, viele Displays verfügen jetzt über Energiesparfunktionen wie automatische Helligkeitsanpassung oder Energiesparmodi. Sie tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken. Das ist großartig. Energiesparoptionen tragen zu einem umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Multimedia-Setup bei. Gibt es empfohlene Marken oder Modelle? Es gibt mehrere seriöse Marken, die für Ihre hochwertigen Displays bekannt sind, wie LG, Samsung und Dell. Recherchieren Sie Kundenrezensionen, um Modelle zu finden, die Ihren Anforderungen entsprechen. Das ist hilfreich. Die Überprüfung von Kundenrezensionen kann wertvolle Erkenntnisse liefern und helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Vielen Dank für die Anleitung. Lektion 11 Portionskontrolle Hallo Anna, ich habe über Portionskontrolle nachgedacht. Ich verstehe, was ist mit Portionskontrolle? Wie wichtig ist das? Hallöchen Die Portionskontrolle spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Ernährung. Es hilft bei der Kontrolle der Kalorienaufnahme und fördert ausgewogene Essgewohnheiten. Das macht Sinn. Die Kontrolle der Portionsgrößen kann Überernährung verhindern und das Gewichtsmanagement unterstützen. Gibt es Richtlinien für die Portionskontrolle? Ja, es gibt allgemeine Richtlinien, die befolgt werden müssen. Zum Beispiel sollte eine Portion Protein etwa die Größe ihrer Handfläche haben und Körner sollten in ihre schalenförmige Hand passen. Das ist eine hilfreiche visuelle Referenz. Die Verwendung von Handgrößen für Portionen erleichtert die Schätzung, ohne dass eine Skala erforderlich ist. Was ist mit Gemüse und Obst? Gemüse und Obst sind kalorienarm und nährstoffreich. Füllen Sie die Hälfte Ihres Tellers damit, um ein ausgewogenes Verhältnis von Vitaminen und Mineralien zu gewährleisten. Das ist eine kluge Strategie. Reichlich Gemüse und Obst zu sich zu nehmen, verleiht der Mahlzeit Volumen und Nährwert. Wie wäre es mit Kohlenhydraten? Kohlenhydrate sind eine wichtige Energiequelle, aber die Portionskontrolle ist entscheidend. Eine Portion Kohlenhydrate, wie Reis oder Nudeln, sollte etwa die Größe ihrer Faust haben. Das ist gut zu wissen. Wenn Sie die Kohlenhydratportionen in Schach halten, können Sie den Blutzuckerspiegel konstant halten. Was ist mit Fetten und Ölen? Fette und Öle sollten sparsam verwendet werden. Beschränken Sie die Portionsgrößen auf etwa die Größe Ihres Daumens, um ein gesundes Gleichgewicht in Ihrer Ernährung aufrecht zu erhalten. Das ist eine nützliche Richtlinie. Wenn Sie auf Fett- und Ölportionen achten, können Sie die Gesamtkalorienaufnahme reduzieren. Was ist mit Snacks und Desserts? Snacks und Desserts sollten in Maßen genossen werden. Entscheiden Sie sich für kleinere Portionsgrößen oder wählen Sie gesündere Alternativen wie Obst oder Joghurt. Das ist ein vernünftiger Ansatz. Das Stillen von Heißhungerattacken mit kleineren Portionen oder gesünderen Optionen fördert achtsames Essen. Gibt es noch weitere Tipps zur Portionskontrolle? Langsam zu essen und auf die Hunger- und Sättigungssignale Ihres Körpers zu hören, kann übermäßiges Essen verhindern. Es braucht Zeit, bis Ihr Gehirn das Sättigungsgefühl registriert. Das ist eine wichtige Erinnerung. Wenn Sie auf Hunger- und Sättigungssignale achten, können Sie unnötigen Überkonsum vermeiden. Irgendwelche abschließenden Gedanken zur Portionskontrolle? Bei der Portionskontrolle geht es darum, das richtige Gleichgewicht für die Bedürfnisse Ihres Körpers zu finden. Es geht nicht um Entbehrung, sondern darum, fundierte Entscheidungen für einen gesunden Lebensstil zu treffen. Das ist eine großartige Perspektive. Die Portionskontrolle ermöglicht es uns, bewusste Entscheidungen zu treffen und eine ausgewogene Ernährung zu genießen. Danke für die Einblicke. Lektion 12 Essentials für die Tasche Hallo Anna, ich brauche eine neue Tasche. Wonach suchst du in einer Tasche? Hallöchen Bei der Auswahl einer Tasche berücksichtige ich Faktoren wie Größe, Haltbarkeit, Funktionalität und Stil. Größe ist wichtig. Ich brauche eine Tasche, in die mein Laptop und andere wichtige Dinge passt. Was ist mit der Haltbarkeit? Haltbarkeit ist der Schlüssel. Suchen Sie nach Taschen aus robusten Materialien wie Leder oder hochwertigem Nylon, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das macht Sinn. Eine strapazierfähige Tasche hält der täglichen Abnutzung stand. Was ist mit der Funktionalität? Funktionalität ist entscheidend. Ziehen Sie Fächer, Taschen und Organisationsmerkmale in Betracht, um Ihre Sachen gut organisiert zu halten. Das ist wichtig. Wenn Sie bestimmte Bereiche für verschiedene Gegenstände haben, ist es einfacher, Dinge schnell zu finden. Was ist mit Stil? Stil ist eine persönliche Präferenz. Wählen Sie eine Tasche, die Ihren Geschmack widerspiegelt und zu Ihrem Gesamtbild passt. Ich stimme zu. Eine stylische Tasche kann Ihr Outfit aufwerten und ein modisches Statement abgeben. Gibt es noch andere Überlegungen? Komfort ist unerlässlich. Suchen Sie nach Taschen mit gepolsterten Gurken oder Griffen für ein angenehmes Tragegefühl, insbesondere bei schwereren Lasten. Das ist ein gutes Argument. Bequeme Gurte verhindern eine Belastung der Schultern und des Rückens. Gibt es bestimmte Marken, die Du empfiehlst? Es gibt viele renommierte Marken, die für ihre hochwertigen Taschen bekannt sind, wie Herschel, Fjellreven oder Timbuk 2. Recherchieren Sie Kundenrezensionen für bestimmte Modelle. Das ist hilfreich. Das Lesen von Bewertungen kann Aufschluss über die Qualität und Funktionalität verschiedener Taschenoptionen geben. Danke für den Rat. Lektion 13 Reiseutensilien Hallo Anna, wir haben etwas Gepäck zu tragen. Kopf rein? Hallo John. Klar, schnappen wir uns einen Wagen für unser Gepäck. Das wird den Transport erleichtern. Tolle Idee. Karren sind praktisch, um schwere Taschen zu transportieren, besonders an belebten Orten. Wissen Sie, wo wir einen finden können? Ja, in der Regel befinden sich Gepäckwagen in der Nähe des Eingangs oder der Gepäckausgabe. Schauen wir uns um. In Ordnung, lassen Sie uns nach den Karren Ausschau halten, wenn wir reingehen. Das wird uns davor bewahren, alles mit der Hand zu tragen. Die Verwendung eines Wagens erspart uns auf jeden Fall unnötige Belastungen. Ah, ich sehe einen da drüben. Lass es uns holen. Perfekt. Das ist eine Erleichterung. Lass uns weitermachen und unser Gepäck auf dem Wagen sichern. Es wird jetzt viel überschaubarer sein. Einverstanden. Wenn Sie unsere Koffer auf den Einkaufswagen legen, wird sichergestellt, dass Sie sicher sind und dass es keine Last ist, sie zu tragen. Unser Einkaufswagen ist geladen. Jetzt können wir mühelos durch den Flughafen oder Bahnhof manövrieren. Es ist ein kluger Schachzug, einen Karren zu benutzen. Absolut. Es ist eine praktische Wahl, die es uns ermöglicht, reibungslos zu navigieren und uns darauf zu konzentrieren, unsere Reise zu genießen. Ich bin froh, dass wir daran gedacht haben, einen Wagen zu benutzen. Das spart uns Zeit und Energie und lässt uns entspannter auf unsere Reise gehen. Ich auch. Es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied bei Reiseerlebnissen ausmachen. Jetzt können wir reibungslos vorgehen. Das ist wahr. Gut vorbereitet zu sein und kluge Entscheidungen aus Gründen der Bequemlichkeit zu treffen, verbessert das allgemeine Reiseerlebnis. In der Tat. Machen wir das Beste aus unserer Reise und genießen wir jeden Schritt auf dem Weg dorthin. Bereit zu gehen? Absolut. Lassen Sie uns unser Abenteuer beginnen, wobei unser Gepäck sicher auf dem Wagen verstaut ist. Los geht's. Lektion 14 Wäschehilfe Hallo Anna. Die Waschmaschine ist gerade fertig geworden. Okay. Wenn ich es dir überlasse? Hallo John. Klar. Ich kann mich darum kümmern. Sie können weitermachen und sich auf andere Dinge konzentrieren. Danke. Danke für deine Hilfe. Ich überlasse die Wäsche ihren fähigen Händen. Gar kein Problem. Ich sorge dafür, dass alles sortiert und ordnungsgemäß weggeräumt wird. Das ist großartig. Ich vertraue darauf, dass du dich darum kümmerst. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe benötigen. Das werde ich tun. Ich werde es effizient verwalten. Sie können Ihre Aufgaben sorglos fortsetzen. Perfekt. Ich habe noch einiges zu erledigen, also werde ich die Gelegenheit nutzen, um mich darauf zu konzentrieren. Absolut. Überlassen Sie die Wäsche mir und Sie können sich darauf konzentrieren, produktiv zu sein. Ich freue mich, dass ich auf dich zählen kann. Es ist eine Erleichterung, jemanden zu haben, der zuverlässig bei der Hausarbeit hilft. Ich helfe gerne mit. Wir alle brauchen Unterstützung und Teamwork macht alles einfacher. In der Tat ist Teamwork für einen gut funktionierenden Haushalt unerlässlich. Ich bin dankbar für Ihre Hilfe. Es ist mir ein Vergnügen. Wir sind ein Team und zusammen können wir mehr erreichen. Überlass es einfach mir. Ich habe volles Vertrauen in deine Fähigkeiten. Du warst immer effizient und zuverlässig. Danke für dein Vertrauen. Ich sorge dafür, dass die Wäsche umgehend und zu ihrer Zufriedenheit erledigt wird. Ich weiß deine Bemühungen zu schätzen. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich mich auf dich verlassen kann. Lektion 15 Sneakergröße Hallo Anna, welche Größe trägst du normalerweise in Turnschuhen? Hallo John, ich bin normalerweise eine 8. Warum fragst du? Ich dachte daran, Schuhe einkaufen zu gehen. Glaubst du, sie haben auch deine Größe? Das ist eine gute Idee. Die meisten Geschäfte haben eine große Auswahl an Größen, also sollten sie auch meine Größe haben. Großartig! Es wird Spaß machen, verschiedene Schuhoptionen zu erkunden und das perfekte Paar für uns beide zu finden. Es kann eine unterhaltsame Erfahrung sein, verschiedene Stile anzuprobieren und die richtige Passform zu finden. Ich stimme zu. Es ist wichtig, bequeme Schuhe zu haben, die unsere Füße richtig stützen. Komfort ist der Schüssel. Gut sitzende Schuhe beugen Beschwerden und möglichen Fußproblemen auf lange Sicht vor. Definitiv! Suchen wir nach Geschäften, die eine Vielzahl von Stilen anbieten und der Gesundheit und dem Komfort der Füße Priorität einräumen. Gute Überlegung! Wir können auch die Materialien und die Haltbarkeit der Schuhe berücksichtigen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das ist wahr! Hochwertige Materialien sorgen dafür, dass die Schuhe dem täglichen Gebrauch standhalten und ihre Form behalten. Exakt! Es lohnt sich, in Schuhe zu investieren, die lange halten und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Ich freue mich darauf, verschiedene Schuhmarken zu erkunden und neue Designs zu entdecken. Es ist wie ein kleines Mode-Abenteuer. Das ist es auf jeden Fall! Schuhe können jedem Outfit einen Hauch von Stil verleihen und unseren persönlichen Geschmack zum Ausdruck bringen. Machen wir einen Tag draus! Wir können verschiedene Geschäfte besuchen, verschiedene Stile anprobieren und den Prozess genießen. Lektion 16 Reiseverspätungen Hallo Anna, während der Reise, ja, der Flug war verspätet, aber nicht. Hallo John, ich verstehe. Verzögerungen können frustrierend sein, aber sie bieten uns die Möglichkeit, uns anzupassen und das Beste aus der Situation herauszuholen. Absolut. Anstatt uns aufzuregen, können wir die zusätzliche Zeit nutzen, um den Flughafen zu erkunden oder etwas zu lesen. Das ist ein positiver Ansatz. Auf Flughäfen gibt es oft Geschäfte, Restaurants und Lounges, die verschiedene Aktivitäten anbieten, um uns zu beschäftigen. Exakt. Wir können die Verspätung als ein unerwartetes Abenteuer betrachten und das Beste aus unserer Zeit am Flughafen machen. Es geht darum, die Situation für uns zum Laufen zu bringen. Wir können Wege finden, uns zu entspannen, neue Energie zu tanken oder sogar Leute zu beobachten. Leute zu beobachten kann sehr unterhaltsam sein. An Flughäfen tummeln sich Reisende aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen. Es ist faszinierend, die Vielfalt zu beobachten und die verschiedenen Interaktionen zu beobachten, die um uns herum stattfinden. Außerdem können wir die Annehmlichkeiten des Flughafens wie kostenloses WLAN nutzen, um in Verbindung zu bleiben oder etwas Arbeit zu erledigen. Das ist eine praktische Idee. Wir können die Verzögerung in eine produktive Phase verwandeln und Aufgaben erledigen, für die ein Online-Zugriff erforderlich ist. Absolut! Und wenn wir müde sind, können wir uns eine ruhige Ecke suchen und ein Nickerchen machen, um uns zu regenerieren. Ein Nickerchen kann erfrischend sein, besonders auf langen Reisen. Es ist eine Möglichkeit, neue Energie zu tanken und für die nächste Etappe der Reise bereit zu sein. Trotz der anfänglichen Unannehmlichkeiten können Verzögerungen unerwartete Möglichkeiten und unvergessliche Erlebnisse bieten. Das ist der Geist. Anpassungsfähig zu sein und das Beste aus jeder Situation herauszuholen, verbessert unsere Reiseerlebnisse. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns die Verzögerungen als Teil der Reise akzeptieren und bleibende Erinnerungen an unsere Reiseabenteuer sammeln. Lektion 17, Wochenendabenteuer Hallo Anna, hey, ich sehne mich in letzter Zeit nach einem kleinen Abenteuer. Hallo John, ich auch. Wie wäre es, wenn wir einen Wochenendausflug planen, um unsere Abenteuerlust zu stillen? Das klingt fantastisch. Irgendwelche Ideen, wohin wir für unser Mini-Abenteuer gehen könnten. Wie wäre es, einen nahegelegenen Nationalpark zu erkunden? Wir können in die Natur eintauchen und Outdoor-Aktivitäten genießen. Das ist ein toller Vorschlag. Wandern, campen und die landschaftliche Schönheit des Parks zu genießen, wäre ein unglaubliches Erlebnis. Absolut. Wir können auch etwas Aufregenderes wie Seilrutschen oder Klettern ausprobieren, wenn wir dazu bereit sind. Ich bin bereit für die Herausforderung. Es wird ein Adrenalinschub sein und eine Chance, unsere Grenzen in einer sicheren Umgebung zu überschreiten. Abenteuer-Sportarten bieten eine einzigartige Gelegenheit, Ängste zu überwinden und Selbstvertrauen aufzubauen. Es ist eine aufregende Art, zu wachsen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unsere Komfortzonen zu verlassen und neue Erfahrungen zu machen, ist Teil des persönlichen Wachstums. Außerdem können wir atemberaubende Fotos von den Landschaften aufnehmen und bleibende Erinnerungen an unser Wochenendabenteuer schaffen. Fotografie ist eine großartige Möglichkeit, unsere Erfahrungen zu dokumentieren und sie mit anderen zu teilen. Es verleiht der Reise eine weitere Ebene des Vergnügens. Absolut! Wir können ein Reisetagebuch erstellen oder sogar einen Blog starten, um andere zu inspirieren, ihre eigenen Abenteuer zu beginnen. Unsere Erfahrungen zu teilen und andere zu ermutigen, die Welt zu erkunden, ist eine wunderbare Idee. Es ist eine Möglichkeit, Positivität und Fernweh zu verbreiten. Das Abenteuer erwartet Sie und ich freue mich darauf, diese Reise mit Ihnen zu beginnen. Lassen Sie uns unseren Wochenendausflug planen und ihn unvergesslich machen. Ich bin auch begeistert. Es wird ein episches Abenteuer voller Spaß, Lachen und wunderbarer Erinnerungen. Lass es uns geschehen lassen. Lektion 18 – Hydratisierende Maske Hallo Anna! Diese feuchtigkeitsspendende Maske ist beliebt und für alle Hauttypen geeignet. Hi John! Das klingt toll! Es ist wichtig, dass unsere Haut unabhängig von unserem Hauttyp mit Feuchtigkeit versorgt und genährt wird. Absolut! Absolut! Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel zur Erhaltung einer gesunden und strahlenden Haut. Hast du diese Maske schon einmal ausprobiert? Ja, habe ich. Das ist einer meiner Favoriten. Die Formel ist leicht und hinterlässt ein erfrischtes und mit Feuchtigkeit versorgtes Hautgefühl. Das ist gut zu hören. Ich habe nach einer feuchtigkeitsspendenden Maske gesucht, die lang anhaltende Feuchtigkeit spendet, ohne sich schwer auf der Haut anzufühlen. Dann könnte diese Maske perfekt zu dir passen. Es wurde entwickelt, um die Haut tief mit Feuchtigkeit zu versorgen, ohne die Poren zu verstopfen. Das ist genau das, was ich brauche. Ich möchte eine gesunde Hautpflegeroutine beibehalten und gegen jegliche Trockenheit oder Mattheit meiner Haut vorgehen. Die regelmäßige Anwendung einer feuchtigkeitsspendenden Maske kann dazu beitragen, die Feuchtigkeit wieder aufzufüllen, die Hautstruktur zu verbessern und ihr ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Ich freue mich, das zu hören. Ich probiere es aus und sehe, wie es für mich funktioniert. Gibt es spezielle Anweisungen zur Verwendung der Maske? Es ist einfach zu benutzen. Tragen Sie einfach eine gleichmäßige Schicht der Maske auf die gereinigte Haut auf, lassen Sie sie für die empfohlene Zeit einwirken und spülen Sie sie dann ab. Klingt einfach genug. Ich schätze Produkte, die sich bequem in meine Hautpflegeroutine integrieren lassen. Bequemlichkeit ist wichtig, insbesondere wenn es darum geht, konsistente Hautpflegegewohnheiten aufrecht zu erhalten. Dies ist der Schlüssel zu langfristigen Ergebnissen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Konsistenz und die Verwendung von Produkten, die für unseren Hauttyp geeignet sind, sind für eine gesunde und strahlende Haut unerlässlich. Absolut. Also, probieren Sie die feuchtigkeitsspendende Maske aus. Ich bin sicher, Sie werden einen Unterschied in der Textur und dem Aussehen Ihrer Haut feststellen. Ich freue mich auf die Ergebnisse. Danke, dass du diese Maske empfohlen hast. Es ist immer toll, neue Hautpflegeprodukte zu entdecken. Lektion 19 Lerntechniken Hallo Anna, ja, es gibt verschiedene Techniken, die du ausprobieren kannst. Könntest du mir ein paar Beispiele nennen? Hallo John, natürlich. Eine effektive Technik besteht darin, Karteikarten zu erstellen, um Vokabeln und ihre Bedeutung auswendig zu lernen. Das ist eine tolle Idee. Karteikarten können das Lernen interaktiver und ansprechender machen. Welche anderen Techniken empfiehlst du? Eine andere Technik ist die Verwendung von Mnemonik. Dabei handelt es sich um Gedächtnishilfen, mit denen neue Informationen mit etwas Vertrautem oder leicht zu Merkendem verknüpft werden können. Mnemonik kann sehr hilfreich sein. Sie bieten eine kreative Möglichkeit, Informationen aufzubewahren und bei Bedarf abzurufen. Irgendwelche anderen Techniken? Eine andere Technik ist das Üben des aktiven Zuhörens. Dazu müssen Sie sich voll und ganz auf das konzentrieren, was Sie gerade hören, sich Notizen machen und Fragen stellen, um das Verständnis sicherzustellen. Aktives Zuhören ist wichtig, insbesondere beim Erlernen einer neuen Sprache. Es hilft, das Verständnis und die Beibehaltung der gesprochenen Sprache zu verbessern. Absolut. Darüber hinaus können Sie Ihre Sprachkenntnisse erheblich verbessern, wenn Sie durch Aktivitäten wie Filme schauen, Musik hören und Bücher lesen in die Sprache eintauchen. Immersion ist eine leistungsstarke Technik. Es macht Sie mit dem Sprachgebrauch im wirklichen Leben vertraut und hilft Ihnen, sich mit Redewendungen und Ausdrücken vertraut zu machen. Es ist auch von Vorteil, einen Sprachaustauschpartner zu finden oder einer Sprachlerngruppe beizutreten, um das Sprechen zu üben und Gespräche mit Muttersprachlern zu führen. Die Zusammenarbeit mit anderen, die ebenfalls die Sprache lernen, kann ein unterstützendes Umfeld schaffen und wertvolle Gelegenheiten zum Üben bieten. Definitiv. Schließlich können Ihnen die Festlegung bestimmter Sprachlernziele und die Erstellung eines Lernplans helfen, während Ihrer gesamten Lernreise organisiert und motiviert zu bleiben. Das Setzen von Zielen und ein Studienplan sind für den Fortschritt unerlässlich. Es gibt Ihnen eine klare Richtung und hilft Ihnen, Ihre Erfolge zu verfolgen. Exakt. Indem Sie diese Techniken anwenden und herausfinden, was für Sie am besten funktioniert, können Sie Ihr Sprachenlernen effektiver und angenehmer gestalten. Ich schätze die Vorschläge. Ich werde versuchen, diese Techniken in meine Sprachlernroutine zu integrieren. Ich freue mich auf die Ergebnisse. Lektion 20. Qualitätsstandards und Leistung Hallo Anna. Das funktioniert jetzt für uns. Lassen Sie uns die Qualitätsstandards und die Leistung besprechen. Hallo John. Absolut. Die Aufrechterhaltung hoher Qualitätsstandards ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit und den Erfolg unseres Unternehmens. Ich stimme zu. Wir sollten in jedem Aspekt unserer Arbeit nach Exzellenz streben, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen. Um dies zu erreichen, müssen wir klare Qualitätsstandards festlegen und unsere Leistung regelmäßig anhand dieser Standards bewerten. Regelmäßige Bewertungen helfen uns dabei, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren und notwendige Anpassungen vorzunehmen, um unsere Gesamtleistung zu verbessern. Es ist wichtig, über Qualitätskontrollmaßnahmen zu verfügen, um unsere Prozesse zu überwachen, Probleme zu identifizieren und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Kontinuierliche Verbesserung sollte Priorität haben. Wir sollten immer nach Möglichkeiten suchen, unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Absolut. Wir sollten auch Feedback von Kunden einholen, um ihre Bedürfnisse und Präferenzen zu verstehen und dieses Feedback nutzen, um unser Angebot zu verbessern. Kundenfeedback ist von unschätzbarem Wert. Es hilft uns, unsere Produkte und Dienstleistungen an ihren Erwartungen auszurichten und ein positives Kundenerlebnis zu schaffen. Zusätzlich zum Kundenfeedback sollten wir wichtige Leistungsindikatoren, KPIs, festlegen, um unseren Erfolg zu messen und unsere Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen. KPIs bieten messbare Ziele, anhand derer wir unsere Leistung messen und sicherstellen können, dass wir auf dem richtigen Weg zur Erreichung unserer Ziele sind. Regelmäßige Leistungsbeurteilungen und Teambewertungen sind ebenfalls wichtig, um die individuelle und kollektive Leistung zu beurteilen, Feedback zu geben und das Wachstum zu fördern. Leistungsbeurteilungen bieten Möglichkeiten zur offenen Kommunikation, zur Entwicklung von Fähigkeiten und zur Anerkennung von Leistungen. Sie tragen zu einem motivierten und produktiven Team bei. Exakt. Durch die Aufrechterhaltung hoher Qualitätsstandards und die kontinuierliche Verbesserung unserer Leistung können wir unseren Kunden außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen anbieten. Unser Engagement für Qualität und Leistung wird uns von der Konkurrenz abheben und zum langfristigen Erfolg unseres Unternehmens beitragen. Lektion 21 Umgang mit schwierigen Fragen Hallo Anna. Ich bin während des Studiums auf eine schwierige Frage gestoßen. Ich brauche etwas Hilfe dabei. Hallo John. Ich bin hier, um dir zu helfen. Wie lautet die Frage? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Nachdenken und antworten Sie dann. Die Frage bezieht sich auf die Quantenphysik. Es geht darum, das Konzept der Welleteilchendualität in einfachen Worten zu erklären. Ah, die Welleteilchendualität kann komplex sein, aber lassen Sie uns sie aufschlüsseln. Stellen Sie sich das als die Idee vor, dass sich Partikel sowohl als Wellen als auch als Partikel verhalten können. Ich verstehe. Partikel wie Elektronen und Photonen können also wellenartige Eigenschaften wie Interferenz und Beugung sowie partikellehnliches Verhalten aufweisen. Exakt. Es ist ein Phänomen, bei dem Sie je nach Versuchsbedingungen sowohl die Eigenschaften von Wellen als auch von Partikeln aufweisen können. Das macht Sinn. In bestimmten Experimenten können Sie sich also wie Wellenverhalten und Interferenzmuster zeigen, und in anderen verhalten Sie sich wie Partikel mit bestimmten Positionen und Impulsen. Das ist richtig. Es ist ein grundlegendes Konzept der Quantenmechanik, das unser klassisches Verständnis des Verhaltens von Materie und Energie infrage stellt. Es ist faszinierend, wie unterschiedlich die Natur der Realität auf Quantenebene sein kann. Danke, dass Sie mir geholfen haben, dieses Konzept zu verstehen. Du bist willkommen. Es kann schwierig sein, sich mit komplexen Themen zu beschäftigen, aber sie in einfachere Erklärungen zu unterteilen, kann sie leichter zugänglich machen. Absolut. Es ist wichtig, sich einen Moment Zeit zum Nachdenken und Analysieren zu nehmen, bevor Sie auf schwierige Fragen antworten. Es hilft uns, die Konzepte besser zu verstehen. Definitiv. Es ist in Ordnung, innezuhalten, nachzudenken und unsere Gedanken zu sammeln, bevor wir eine Antwort geben. Es zeugt von Nachdenkirchkeit und dem Wunsch nach Genauigkeit. Ich schätze Ihre Anleitung. Es ist beruhigend, jemanden zu haben, mit dem man schwierige Themen besprechen und ein tieferes Verständnis erlangen kann. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Denken Sie daran, dass Lernen ein kontinuierlicher Prozess ist und es in Ordnung ist, Fragen zu stellen und sich bei Bedarf um Klärung zu bemühen. Kluge Worte. Lassen Sie uns unser Streben nach Wissen fortsetzen und die Gelegenheit nutzen, gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Lektion 22. Eine persönliche Oase schaffen Hallo Anna. Ich habe darüber nachgedacht, zu Hause einen gemütlichen Raum zu schaffen, in dem ich mich entspannen kann. Irgendwelche Ideen? Hallo John. Ich liebe das Konzept einer persönlichen Oase. Wie wäre es, eine Leseecke mit einem bequemen Stuhl und sanfter Beleuchtung einzurichten? Das klingt perfekt. Ein besonderer Ort, an dem ich in ein gutes Buch eintauchen und mich nach einem langen Tag entspannen kann. Absolut. Fügen Sie ein Pischkissen und eine warme Decke hinzu, um es noch einladender zu machen. Sie werden eine gemütliche Ecke haben, in die Sie flüchten können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es wird meine kleine Oase zu Hause sein, ein friedlicher Zufluchtsort abseits der Hektik des Alltags. Das ist genau das, was du brauchst. Erwägen Sie, einen kleinen Beistelltisch für Ihr Lieblingsgetränk und ein Bücherregal für einfachen Zugriff auf Ihre Lesematerialien hinzuzufügen. Exzellente Vorschläge! Alles in Reichweite zu haben, macht das Erlebnis noch angenehmer und bequemer. Zusätzlich können Sie das Ambiente mit einigen Topfpflanzen oder einer Vase mit frischen Blumen verbessern, um einen Hauch von Natur ins Haus zu bringen. Ich liebe diese Idee. Pflanzen sorgen nicht nur für Grün, sondern reinigen auch die Luft und schaffen eine beruhigende Atmosphäre. Absolut! Die Präsenz der Natur kann beruhigend auf unserem Geist wirken und uns helfen, uns zu entspannen. Es wird eine erfrischende Ergänzung zu Ihrer Oase sein. Ich freue mich darauf, diesen Raum jetzt zu schaffen. Es wird ein Rückzugsort sein, an dem ich neue Energie tanken und Trost finden kann, wann immer ich ihn brauche. Es ist wunderbar, einen ausgewiesenen Bereich zu haben, der Ihnen Freude und Ruhe bringt. Ihr Zuhause sollte eine Oase sein, die Ihr Wohlbefinden fördert. In der Tat. Unser Zuhause sollte unsere Persönlichkeit widerspiegeln und uns ein Gefühl von Komfort und Frieden vermitteln. Vielen Dank für Ihre inspirierenden Ideen. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Die Gestaltung Ihrer eigenen Oase ist ein erfüllendes Projekt, das es Ihnen ermöglicht, Ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen und einen Raum zu schaffen, der Sie wirklich anspricht. Absolut! Ich freue mich darauf, eine Ecke meines Hauses in ein persönliches Refugium zu verwandeln. Es wird mein kleines Stück vom Himmel sein.